Im ersten Teil der Lehrfilmreihe wurde für die Welle eine Austenitisierungstemperatur bestimmt. Die Welle wurde hochgewärmt. Die dabei ablaufenden Phasenumwandlungen wurden an einem kontinuierlichen Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm, dem ZTA-Diagramm, abgelesen. Im zweiten Teil wird das Durchwärmen und das Halten erklärt. Anschließend werden beide Lehrvideos zusammengefasst. Im zweiten Schritt, dem Durchwärmen, wird so lange geglüht, bis das gesamte Werkstück die Austenitisierungstemperatur annimmt. Um eine vollständige Austenitisierung im gesamten Bauteil zu gewährleisten, gilt das Isotherme ZTA-Diagramm erst, sobald das gesamte Werkstück die Austenitisierungstemperatur erreicht hat. Die Welle wird von außen nach innen durchwärmt. Die Dauer ist immer abhängig vom Querschnitt der Welle. Ist das Bauteil vollständig durchwärmt, erfolgt der letzte Schritt, das Halten. Dabei wird so lange geglüht, bis das gesamte Bauteil ein vollständig homogenes Austenitgefüge angenommen hat. Als Halten wird also die vollständige Gefügeumwandlung von Ferritperlit nach Austenit bezeichnet. Diese ist diffusionsgesteuert, das heißt abhängig von der Beweglichkeit der Atome und Leerstellen durch das Gitter. Das Diffundieren nimmt Zeit in Anspruch. Je höher die Temperatur ist, desto schneller laufen Diffusionsvorgänge ab. Die Haltedauer ist abhängig vom Kohlenstoffgehalt im Stahl, denn zur vollständigen Austenitisierung muss sich der Zementit an den Korngrenzen oder im Perlit auflösen und der frei werdende Kohlenstoff in das kubisch-flächenzentrierte Gitter des Austenits wandern. Die Kohlenstoffatome sind vor Erreichen der Austenitisierungstemperatur im Korngrenzen-Zementit oder den Zementitlamellen des Perlits gelöst. Zu Beginn der Umwandlung wandeln sich erste kubisch-raumzentrierte Elementarzellen des Ferrit in ein kubisch-flächenzentriertes Austenitgitter um. Gleichzeitig mit der Austenitbildung aus dem Ferrit fängt die Zementitstruktur an aufzubrechen und der Kohlenstoff diffundiert aus der Elementarzelle des Fe3c heraus. Zur Erinnerung. In das kubisch-raumzentrierte Ferritgitter können in Abhängigkeit von der Temperatur maximal 0,02% Kohlenstoff eingelagert werden, während im Austenitgitter maximal 2,06% Kohlenstoff gelöst werden können. Wenn die Zementitbindung aufbricht, bedeutet es, dass der aus dem Fe3c frei werdende Kohlenstoff vollständig in das Austenitgitter eingelagert werden kann. Merke, feinkörniger Zementit kann gut, grobkörniger oder eingeformter Zementit hingegen nur schlecht aufgelöst werden. Die Zwischengitterdiffusion setzt ein, bei der die freigelösten Kohlenstoffatome in die Zwischenräume, das heißt die Oktaederlücken des kubisch-flächenzentrierten Austenitgitters diffundieren. Mit zunehmender Haltedauer diffundieren immer mehr Kohlenstoffatome in das kubisch-flächenzentrierte Austenitgitter. Nach abgeschlossener Haltezeit besitzt die Welle über den ganzen Querschnitt ein homogenes Austenitgefüge. Wir fassen zusammen. Das Ziel der Austenitisierung ist es, bei geeigneter Temperatur ein vollständig homogenes und rein austenitisches Ausgangsgefüge für alle weiteren Wärmebehandlungen zu erreichen. Dieses wird anschließend durch entsprechende langsame oder schnelle Temperaturführung in die gewünschten Gefügeformen überführt. Bei langsamem Abkühlen entsteht das Ferrit-Cementit-Perlit und bei schnellem Abkühlen das Härtegefüge Martensit. Austenitisieren ist ein diffusionsgesteuerter Prozess, das heißt die Atome bewegen sich langsam durch das Gitter hindurch auf ihre Zielpositionen. Abhängig vom Kohlenstoffgehalt wird die Austenitisierungstemperatur ca. 30 Grad Celsius oberhalb der GSK-Linie bestimmt. In drei Schritten, dem Hochwärmen, dem Durchwärmen und dem Halten, wird das Werkstück erhitzt und so lange geglüht, bis das Werkstück ein vollständig homogenes Austenitgefüge annimmt. Dabei wandelt sich das kubisch-raumzentrierte Ferrit-Gitter in das kubisch-flächenzentrierte Austenit-Gitter um. Gleichzeitig löst sich auch der im Gefüge enthaltene Cementit-FW3C auf. Das Austenit-Gitter reichert sich mit Kohlenstoffatomen an, welche zuvor im Cementit gelöst waren. Merke dir! Hochwärmen beschreibt den Aufheizvorgang. Gefügeumwandlungen beim Aufheizen werden in kontinuierlichen ZTA-Diagrammen als Funktion der Aufheizgeschwindigkeit dargestellt. Durchwärmen umfasst die Homogenisierung der Temperatur über den gesamten Bauteilquerschnitt und halten die vollständige Austenitisierung des Gefüges. Die zugehörigen Phasenumwandlungen in Abhängigkeit von der Haltezeit werden in isothermen ZTA-Diagrammen dargestellt. Zu jedem Stahl gibt es eigene ZTA-Diagramme.